Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in der Bibelstunde habe ich das vor zwei Wochen schon mal erzählt, diese Begebenheit. Ich war mit einem Kommilitonen zu Anfang meines Studiums bei ihm zu Hause eingeladen. Er kam aus einer Pfarrersfamilie, sein Vater ein alter, mittlerweile schon pensionierter Pfarrer, ehemaliger Wehrmachtsoffizier, ganz angesehener, feiner Mann mit hoher Bildung. Mit dem saßen wir dann abends zusammen bei ihnen im Wohnzimmer und er berichtete über seine Bibellese und er erzählte uns, dass er jetzt noch einmal das Buch Richter nach langer Zeit gelesen habe. Und er kam zum Schluss, als er dieses Buch gelesen hatte, dass das Richterbuch ein schwieriges Feld sei, das war die Formulierung, ein schwieriges Feld, auf dem es kaum etwas zu ernten gäbe. Als junger, unerfahrener Theologe habe ich es da vorgesessen, Theologiestudent halt. Ich habe dann das Buch auch gelesen, war damals schon nicht seiner Meinung und wir haben jetzt Bibelstunde, dieses Thema des Richterbuches und ich muss Ihnen sagen, komplette falsche Aussage, die dieser Mann getroffen hat. Das ist ganz anders bei dem Richterbuch. Das ist kein schwieriges Feld, auf dem es kaum etwas zu ernten gibt. Nein, ich möchte es so sagen, es ist ein unfassbar fruchtbarer Acker, auf dem es viel mehr zu ernten gibt, als unsere geistlichen Scheunen überhaupt fassen können. Und als ich jetzt für die Bibelstunde noch einmal das ganze Buch gelesen habe, da sind mir so viele Stellen gekommen, da ist so viel drin, wo ich gedacht habe, Mensch, da musst du viel mehr draus machen. Und eine Stelle, die hat mich richtig angesprungen und die hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, da kann ich nicht nur eine Andacht in der Bibelstunde drüber machen, die musst du mal bei Gelegenheit mitbringen für den Gottesdienst als Predigt. Und so ist es zum heutigen Predigtext gekommen. Ein wunderbares Wort, kein einfaches Wort, auch wenn Sie es in Übersetzung lesen, schon nicht einfach vom Verständnis, aber auch der Text, der da niedergelegt ist im hebräischen Urtext, der ist schwierig, der kann sehr vielfältig übersetzt sein, aber ein wunderbares Wort aus Richter 5. Wir wollen hören als Predigtext die Verse 15 bis 16. Dort heißt es, Amen, wir wollen beten. Ja, lieber Herr Teilein, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Bibelferse, die du uns heute Morgen schenkst, für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, für unser Leben. Wir wollen nachdenken über diese großen Entschlüsse des Herzens, die dort gefasst wurden und nicht umgesetzt wurden. Wir wollen darüber nachdenken, wir wollen nicht bitten, was das geistlich für uns auch zu bedeuten hat. Und damit wir das Recht verstehen und damit diese Predigt uns zum Segen wird, darum brauchen wir dein Geleit, deine Hilfe für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn jetzt das erste Hören oder erste Lesen dieser beiden Verse etwas fremd auf Sie gewirkt hat, keine Angst, das hat damit zu tun, weil Sie vielleicht den Text nicht richtig einordnen können. Alles in Ordnung, wir versuchen da Licht in das Dunkle hineinzubringen. Ich möchte Ihnen gerne die Vorgeschichte erzählen, damit diese beiden Predigtverse für Sie besser verständlich werden. Wir befinden uns etwa im Jahr 1200 vor Christus. In Israel gibt es noch keinen König, da ist die Richterzeit. Die Geschwister, die die Bibelstunde mitmachen, die wissen jetzt ein paar Sachen, die ich jetzt erzähle. Da war die Richterzeit noch kein König, noch keine staatliche Existenz, kein Beamtenapparat, kein Militär, keine Steuern, sondern nur eine lose, sakrale Verbindung zwischen Israel. Und die Israeliten waren dann gesegnet in dieser Zeit, wie bis zum heutigen Tag, wenn sie bei Gott blieben, aber wann immer sie abfielen, und das war in der Richterzeit sehr häufig, sich den fremden Göttern und Götzen dieser Länder da, die um sie herum waren, zuwandten, dann hat der Herr den Segen von ihnen gezogen. Und so war es zu dieser Zeit, da diese Predigtverse spielen, da war ein König, der Kanaaniter, sein Name war Jabin, der war der König von Hasor, das ist oben am See Genezareth, und der war ein gewaltiger Herrscher. Die Bibel spricht davon, dass er 900 eiserne Kampfwagen hatte. Man muss damals wissen, das war der Übergang von der Bronze zur Eisenzeit, die Israeliten hatten noch kein Eisen, die hatten nur ihre Holzwaffen, so ein bisschen Bronze, die waren dem militärisch total unterlegen. Und dieser Jabin, dieser König, er unterdrückte, er unterdrückte das Volk Israel auf furchtbare Weise. Und nun schrie das Volk Israel und schrie um Hilfe. Und zur damaligen Zeit war eine Frau etwas ganz Besonderes, Richterin in Israel, und sie zog zusammen dann mit dem Barak Polos und rief aus den zwölf Stämmen die wehrfähigen Männer zusammen. Damals gab es, wie gesagt, noch kein Militär, kein stehendes Heer, sondern einen sogenannten Heerbann, und wann immer Israel bedroht war, dann mussten die Richter rufen, dass die Leute kamen. Aber das waren freiwillige Erscheinungen, mehr oder weniger. Da wusste man nicht, wie viele Leute ziehen denn mit mir in die Schlacht. Und jetzt will eben Israel gegen diesen Karnaniter-König in die Schlacht ziehen. Barak und Deborah rufen, die einzelnen Völker aufzukommen, und es kommen nur aus drei Stämmen Leute. Aus Sebulon, aus Naftali und aus Isarha. Und die anderen Stämme schicken niemanden. Und obwohl sie ein ganz kleines Heer sind, militärisch total unterlegen sind, geschieht es durch die Gnade Gottes, dass es ein furchtbares Durcheinander im Streitwagenheer dieses Königs Jabin gibt, und dass Israel einen großen Sieg erringt. Und dann geht Barak und Deborah hin, und die singen zusammen ein Lied, also diese Geschichte vom Sieg, die lesen Sie in Richter 4, lesen Sie sich bitte mal zu Hause durch. Und in Richter 5, da ist ein Psalm außerhalb des Buches der Psalme, da wird das besungen, was das für ein herrlicher Sieg war, den Gott gegeben hat. Aber, da wird auch klar gesagt, wer hat denn mitgemacht, wer war denn dabei, wer war tapfer, da werden diese Stämme gelobt, die mitgezogen sind. Aber, es werden auch die Stämme kritisiert, die eben dem Ruf nicht Folge geleistet haben. Und das ist jetzt genau dieser Text, eine Kritik an Ruben. An Ruben ist auch der Ruf zu den Waffen ergangen, wir wollen gegen die Feinde Israels kämpfen, Gott hat es so befohlen. Und dann ist es in Ruben im Stamm so gewesen, dass man sich da zusammengesetzt hat, man hat da Palawat, und dann hat man vermutlich große Beschlüsse gefasst. Man hat sich vorgestellt, was wollen wir denn machen, wie wollen wir denn jetzt in den Kampf ziehen, und was werden wir starken Männer denn da für Siege erringen. Man hat die großen Entschlüsse gefasst, vielleicht auch schon im Vorhinein für den nächsten Krieg. Aber als es dann wirklich zum Bundesschluss kam, als der Ruf ergingen, da heißt es hier, da sind die einfach sitzen geblieben. Die sind gar nicht gekommen, die haben nicht mitgemacht. Die hatten also etwas beschlossen, sie wollten mitkämpfen, das war der große Entschluss, man hatte geistlich vorgehabt, da vielleicht sogar noch an vorderster Front rufen, war ja der Erstgeborene, von heute da vorne ganz mitzumachen. Und als es dann wirklich dazu kommt, dass man es beweisen muss, da ist von all den guten Vorsätzen nichts geblieben. Das sind die großen Entschlüsse des Herzens, von denen hier die Rede ist. Und so habe ich die Predigt auch überschrieben, die großen Entschlüsse des Herzens, Untertitel von geistlichen Rohrkrepierern, das wird gleich im dritten Punkt erst klar, warum ich das so genannt habe. Und es sind drei Punkte, die ich hier mitgebracht habe, sind heute nicht ganz einfach formuliert, aber das ergibt der Duktus der Predigt. Erstens die großen Entschlüsse des Herzens, zweitens die Behinderung der Durchführung der großen Entschlüsse des Herzens und dann drittens noch länger die Beseitigung der Behinderung der Durchführung der großen Entschlüsse des Herzens. Der erste Punkt, die großen Entschlüsse des Herzens. So etwas kennen wir alle aus dem weltlichen Bereich. Wir haben ja alle häufig so große Entschlüsse des Herzens, was wir uns vornehmen, was wir alles erreichen wollen. Je jünger man ist, desto größer sind die Entschlüsse, viel Geld verdienen, hübsche Frau finden halt, super Sportler werden, Torschütz und König in der Kreisliga und 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 und. Große Entschlüsse des Herzens. Wenn man dann älter wird, dann wird das so ein bisschen anders, da geht es dann so um 10 Kilogramm abnehmen halt, nicht irgendwie mehr Sport treiben oder nicht mehr ein bisschen netter zu sein, Ehemann werden halt. Kennen wir alle die großen Entschlüsse des Herzens. Am 1. Januar sind die ganz großen, häufig am 5. gelten die schon nicht mehr, dann sind die schon wieder perdu. Aber die gibt es nicht nur in der Welt. Diese großen Entschlüsse gibt es eben auch im geistlichen Bereich. Das ist eben hier auch so ein großer Entschluss des Herzens. Der Stamm Ruben hat vermutlich schon früher, das kann man sich ja vorstellen, gerade wenn so die Hirten zusammensitzen, die sitzen hier bei den Hürden, bei den Schafen halt, zusammensitzen. Und die Männer sich dann überlegen, wenn sie dann alle zusammen sind, keine Gefahr da ist, was dann beim nächsten Krieg alles Großes reißen wird. Und wer ganz vorne stehen wird und wer drei Feinde erschlägt und wer irgendwelche Siegeskronen nach Hause bringt. Da wurde ganz groß der Heldenmut gesponnen. Aber als es, wie gesagt, zum Ruf in den Krieg geht, macht keiner von denen mit. Die bleiben alle am Lagerfeuer sitzen. Nichts gewesen mit den großen Beschlüssen der geistlichen Entscheidungen der Herzen. Und das ist nicht nur hier so, sondern das finden wir in der Bibel immer wieder, dass es diese Problematik gibt. Petrus und die Jünger, wir kommen ja gerade aus der Passionszeit heraus, erinnern wir uns sicherlich an das, was wir da gehört haben und gelesen haben, noch einmal unmittelbar vor der Verhaftung Jesu. Da sagt Jesus, alles ist noch einmal voraus, dass er verraten wird, dass alle ihn verlassen. Und dann steht der Petrus auf, das können Sie nachlesen, Markus 14, dann sagt er, wenn alle an dir Ärgernis nehmen, so ich doch nicht. Dann sagt Jesus, nein, heute in dieser Nacht, wenn der Hahn zweimal kräht, da wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann legt Petrus noch einen drauf. Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, so werde ich dich niemals verleugnen. Riesenbeschluss des Herzens. Und er meint das in dem Moment auch ernst, gar kein Thema. Und kein Tag später wird er zu diesem Riesen verleugnen. Übrigens steht dann da, das Gleiche sagten sie alle. Nicht nur auf den Petrus bezogen, sondern die ganze Truppe, mit der Jesus losgewarzen. Die haben große Entschlüsse des Herzens gefasst. Aber als es dann wirklich in Akte dazu kommt, zum Heiland zu stehen, gehen sie alle von der Fahne. Matthäus 21 lesen wir eine ähnliche Geschichte. Das ist diese Erzählung von den ungleichen Söhnen. Da sagt der Bauer zu einer seiner Söhne und sagt, geh hin auf mein Feld und arbeite. Und er sagt ganz begeistert, jawohl Vater, das will ich tun. Und er tat es nicht, heißt es dann. Der sagt auch ja, trifft einen Entschluss, etwas zu machen und setzt es dann nicht um. Johannes Markus, der Schreiber des Markus-Evangeliums. Das ist der, der mit Paulus und Barnabas bei der ersten Missionsreise dabei ist. Die ziehen fröhlich los. Solange die in Zypern sind, das ist eine wunderbare Insel, am Mittelmeer ist alles prima. Da läuft er mit ihnen. Als sie dann aber aufs türkische Festland kommen und durch die hohen Berge, da revidiert er seinen Entschluss und haut ab und macht nicht mehr mit. Hat auch einen Entschluss gefasst. Ich will auch Missionar sein. Und als er ein bisschen enger wird, sofort zurückgezogen. Entschluss des Herzens und ganz großer, aus dem dann letztlich nichts wird, geistlicher Rohrkrepierer. Oder, denk mir an Paulus selber. Lesen Sie es bitte nach. Als Hausaufgabe habe ich es aufgeschrieben auf dem Predigtzettel Römer 7. Der beschreibt genau dieses geistliche Problem. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also, da beschreibt er genau dieses Dilemma, das wir alle auch kennen. Da nimmst du dir so viel vor im geistlichen Bereich. Und es geht dann so ein paar Tage und dann ist das eingeschlafen, dann ist es wieder vorbei. Geistlicher Rohrkrepierer. Und das ist nicht nur in der Bibel so. In der Kirchengeschichte immer wieder voll davon, wo sich Männer und Frauen, die zu Jesus Christus gehört haben, ganz große Dinge vorgenommen haben. Und wo es dann ganz jämmerlich geendet ist. Ich erinnere mich an eine EKD-Synode in Leipzig 1999. Da hielt der Professor Jüngel eine flammende, sehr gute Rede. Und da sprach er über die ekklesiologische Lücke. Also die Lücke in der Kirche, die existiert, weil nicht mehr missioniert und evangelisiert wird. Das hat er den Synodalen, den Bischöfen und Supernenten alles vor Augen geführt. Er hat dann davon gesprochen, dass ohne Mission die Kirche nicht sein könnte. Mission und Evangelisation seien Herzschlag und Atmung der Kirche. Fantastisch. Und wissen Sie, was da passiert ist? Da sind die Synodalen aufgestanden und haben geklatscht. Und da haben die auch gesagt, richtig, richtig, richtig und große Entschlüsse gefasst und nichts ist draus geworden. Haben so drei Zentren für Missionen gegründet, aus denen nichts geworden ist. Große Entschlüsse, nichts draus geworden. Haben wir in der missionarischen Kirche gar nichts von zu sehen. Das ist leider so. Also ist es ja leicht zu zeigen, auf die Jünger, auf Paulus und auf irgendwelche EKD-Synoden. Wir wissen es ja selber von uns allen. Wir machen ja auch häufig nichts anderes als der Stamm Ruben da an den Bächen. Wir fassen auch häufig die ganz großen Entschlüsse des Herzens, wenn wir dann in unsere geistlichen Kämpfe ziehen wollen. Ab sofort werde ich etwas tun gegen meinen Jähzorn. Da muss ich angehen, ich habe es klar in der Schrift verstanden. Und zwei Tage später wird der Nächste auf der Straße schon wieder angeschrien, als wäre ich gar kein Christ. Ich will etwas tun gegen meine Geldgeilheit. Jetzt habe ich noch mal gelesen in der Bergpredigt, man kann nicht Gott und dem Mammon dienen halt. Ich habe mich fest entschlossen, was dagegen zu tun. Aber kaum, dass ich das nächste Mal meine Kontoauszüge oder meine Aktienauszüge gesehen habe, halt nicht. Da läuft wieder das alte Programm, da ist nichts vom neuen Menschen zu sehen. Ich will etwas tun gegen meine Unversöhnlichkeit, dass ich mich mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Kindern nicht mehr versöhnen kann, weil die ja schuldiger mir geworden sind. Ich war ja Opfer. Natürlich weiß ich was davon, dass man Vergebung weiterzugeben hat halt. Aber das hält nicht lange an, wenn ich dann entschlossen habe, das zu tun, sondern dann ist das weltliche Unrecht größer als die Vergebungsleistung unseres Herrn und Heilandes. Ich will etwas tun gegen meine Gebetsmüdigkeit. Das sind ja auch so Entschlüsse, die immer wieder fromme Menschen tun, dass sie merken, ich bete zu wenig. Und da wird etwas beschlossen, großer Entschluss. Und zwei Monate später muss man feststellen, auch geistlicher Rollkrepierer gewesen. Ich will etwas tun gegen meine Intergenet-Pornografie, gegen meinen Kleinglauben, gegen meine Undankbarkeit. Und da könnt ihr euch einreihen und gucken, wo ihr große Entschlüsse des Herzens gefasst habt, im Geistlichen. Und dann aber nach einer gewissen Zeit feststellen müsstet, wow, wir sind auch nur sitzen geblieben. An unseren Bächen und haben da nichts gemacht. Ganz so wie der Stamm Ruben. Die großen Entschlüsse des Herzens. Und warum ist das so? Nun, weil wenn wir geistliche große Entschlüsse des Herzens fassen, sie behindert werden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Die Behinderung der Durchführung der großen Entschlüsse des Herzens. Das ist ganz interessant. Wenn man sich jetzt in diese Situation versetzt hat, in der Ruben war, da habe ich mir gedacht, was hat die denn behindert? Also die haben einen großen Entschluss gefasst. Die wollten da mitmachen, die wollten kämpfen, die wollten vorderste Spritze sei in dem Herbern Israels. Aber nichts ist geworden. Was sind wohl die Gründe? Und im Nachdenken darüber und im Beten darüber habe ich drei Dinge gefunden. Es ist erstens ihre Angst. Es ist zweitens das Flötenspiel bei der Herde. Und drittens ist ihre Bequemlichkeit. Das erste ist ihre Angst. Das war militärisch eine ganz schwache Truppe, das Israel damals, 1200 vor Christus. 200 Jahre später sieht das anders aus. Das sind die, die beherrschende Militärmacht. Aber damals ist es eine ganz, ganz schwache Truppe. Und dieser Jabin, wie gesagt, 900 eiserne Streitwagen. Und wenn du mal nur so einen lahmen Esel hast und da kommt einer mit 900 Streitwagen um die Ecke, dann weißt du, wie das ausgeht. Sie haben Angst gehabt. Das ist mir hundertprozentig klar, gerade wenn man das liest in Richter 4, wie das beschrieben wird, die Heeresmacht des Jabin, die hatten Angst. Das ist verständlich. Aber, liebe Brüder und Schwestern, Angst hat immer mit dem Teufel zu tun. Immer. Immer, immer. Immer, wo ihr Angst habt. Egal was es ist. Angst, krank zu werden. Angst, nicht genug geliebt zu werden. Angst, das Leben zu verlieren. Egal was. Das ist immer der Teufel. Immer der Teufel. Der will euch Angst und Furcht machen. Das ist sein Ziel. Angst und Furcht in dieser Welt und Vernichtung des Lebens. Das sind die Ziele vom Widersacher. Der häufigste Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir, ich komme mal zum Wochenspruch zurück, diese neue Existenz haben. Dann können wir fröhlich in alles hineingehen. Auch Ruben hätte keine Angst zu haben brauchen. Wenn die mitgemacht hätten, Gott hat ja für Israel gestritten. Es kam ja nicht auf ihre Heeresmacht an, sondern Gott hat für sie gestritten. Er hatte sie gerufen. Wir haben, wenn wir die neue Kreatur in Christus sind, nicht mehr den Geist der Furcht, sondern wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. So heißt es in 2. Timotheus 1. Aber Ruben hatte Angst. Und wir haben häufig auch Angst. Wir fassen dann so einen geistlichen Entschluss. Und dann haben wir aber Angst, den umzusetzen. Weil es vielleicht Ärger mit unseren Freunden, mit den Kameraden gibt. Weil ich vielleicht da zu viel von meinem Geld abgeben muss, weil es sonst irgendwas ist. Wir haben Angst und deshalb bleiben wir an unseren Lagerfeuern sitzen und wird nichts aus unseren geistlichen Beschüssen. Die Angst lähmt uns da. Ich darf das immer wieder wiederholen. Ihr dürft mir eins glauben. In dieser Welt haben wir Angst, geistliche Dinge zu tun und wir bereuen es dann, was wir getan haben. Wir werden eines Tages es bereuen in der Ewigkeit, dass wir Angst hatten. Ihr werdet eines Tages, wenn ihr vor Jesus steht, so wie hier der Stamm Ruben, der kann auch nicht mehr sagen, oh, unsere Ängste waren berechtigt, sondern die werden bereuen, alle jetzt miteinander, dass sie damals nicht mitgezogen sind. Und uns wird es genauso tun. Wir werden unsere Ängste bereuen. Bitte habt keine Angst, dass ihr, wenn ihr von Gott gerufen seid, irgendetwas bereuen werdet, wenn ihr es tut. Überhaupt nicht. Ich will vielleicht nicht den Erfolg, in Anführungszeichen, bringen, den ihr euch erhofft habt. Aber ihr werdet nichts bereuen. Bitte glaubt mir das. Aber Angst ist etwas, was eben Einflüsterung des Widersachers ist. Und es behindert die Durchführung der großen Entschlüsse des Herzens. Ein zweites, was die Durchführung der großen Entschlüsse behindert, das ist, so wird es hier gesagt im Text, das Flötenspiel bei der Herde. Das ist so eine schöne Formulierung. Also die Bibel sagt dir die Dinge nicht umsonst. Das ist ja nicht das Lied, was Deborah und Barak geschrieben haben, sondern es ist der Geist Gottes, der das gegeben hat. Und das, warum heißt es hier, warum bist du bei deinen Hürden, also bei den Zäunen geblieben, wo deine Schafe drin sind, und hast weiter dem Flötenspiel der Herde zugehört. Und das Flötenspiel der Herde, das ist so ein bisschen, ich möchte das aber sagen, das Flötenspiel der Gesellschaft. Also damals die Hirten, die konnten ja keine Orgeln bauen da am Feld oder irgendwelche Blechblasinstrumente, aber aus so einem Ast kann man ja sehr schnell eine Flöte machen. Und das war eben so gängiges bei denen abends am Lagerfeuer, wenn die ein bisschen Musik machten, da war es schön. Und das war ihre Gesellschaft, da haben sie auf der Flöte gespielt. Und das war denen wichtiger, das Flötenspiel der Mithirten, denen den Ruf Gottes zu gehorchen. Wir haben auch das Flötenspiel der Gesellschaft. Wir hören auch so viele andere Melodien und sind dann häufig taub für den Ruf Gottes. Das können Sie lesen in der Bibel. Also Lukas 9, Jesus berufte ein Mann, sagt, komm folge mir nach. Und er fasst auch so einen großen Beschluss des Herzens. Ich folge dir nach, Jesus sagte, ich folge dir nach. Aber zuerst muss ich noch meinen Vater beerdigen. Auch Flötenspiel der Gesellschaft. Er hat den Ruf Gottes gehört, aber der große Entschluss kann es nicht einkommen, weil er muss ja den Vater beerdigen. Oder ein anderer sagt, der ist ausberufen. Jesus sagt, folge mir nach. Er sagt, ja, ich folge dir nach, aber lass mich zuerst Abschied nehmen von meinem Vaterhaus. Dann sagt Jesus, wer seine Hand an den Flug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer auf das Flötenspiel der Gesellschaft hört, der wird immer wieder an den Hürden sitzen bleiben und nicht in die geistlichen Kämpfe ziehen, die es gilt zu schlagen. Anderer Stelle, Lukas 14, ist die Rede davon, dass der Vater, dass der König einlädt zu einem großen Festmahl. Er lädt ein, alle sollen kommen und die sagen alle zu. Und als dann tatsächlich der Tag der Feier ist, da sagen sie alle miteinander ab. Der eine sagt, tut mir leid, ich kann nicht kommen, ich habe geheiratet. Der andere sagt, tut mir leid, ich habe mehrere Gespanne Ochsen gekauft, die muss ich beschauen. Und der dritte sagt, ich habe einen Acker gekauft, den muss ich mir angucken. Alles ausreden, weil sie haben eben auf das Flötenspiel der Gesellschaft gehört. Die Acker, der Acker, das ist der Beruf, die Familie, die Ehefrau und die Ochsen. Ich sage immer, das ist das Hobby, alles, was uns Spaß macht halt. Das Flötenspiel der Gesellschaft und das behindert das immer wieder, dass wir unsere großen Beschlüsse des Herzens durchsetzen können. Es gibt eine unglaubliche Bindungskraft des Flötenspiels der Gesellschaft, dass uns die Melodien der Menschen und der Dinge um uns rum so gefangen nehmen, dass wir dem Ruf Gottes nicht folgen können. Dann sind wir immer noch alte Kreatur. Ich erinnere noch mal an den Wochenspruch, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Aber ganz häufig ist es bei uns so, wir fassen die großen Entschlüsse des Herzens und dann bindet uns immer noch das Alte mit seinem Flötenspiel. Und ein drittes, was denke ich hier ein Grund ist, warum die das nicht machen, ist ihre Bequemlichkeit. Das heißt es ja auch in dem Vers, dass sie bei den Hürden sitzen geblieben sind. Jetzt können wir mal nachdenken, bei den Hürden und bei dem Wasser. Also damals vor über 3000 Jahren, wer so ein bisschen die Topografie Israels kennt, das ist ja nicht so wie bei uns, wo man jede Ecke Wasser findet, sondern das ist Wüstenland. Da ist Wassermangelware, hier hatten sie Wasser. Hier war es gemütlich bei den Hürden, da hatten sie natürlich ihre Schafe, da hatten sie auch zu essen. Und da war warm, da war alles gemütlich bequem. Und wenn man jetzt in die Schlacht zieht, viele hunderte Kilometer entfernt, nicht nur, dass das gefährlich ist, dass man Angst davor hat, das ist einfach noch anstrengend. Der lange Fußmarsch, dann der Kampf. Man weiß gar nicht, wie der Heerband versorgt wird halt. Das wissen wir aus anderen Stellen der Bibel heraus, dass sie da nicht so gut versorgt gewesen sind. Da war es doch viel bequemer, viel bequemer, da zu bleiben. Ich denke, das ist einfach Bequemlichkeit, was auch häufig dazu führt, dass die großen Entschlüsse des Herzens nicht umgesetzt werden. Übrigens, auch bei ganz großen Leuten spielt diese Bequemlichkeit, und Bequemlichkeit ist ja so eine Mischung aus Faulheit und Genusssucht halt, dass die nicht umgesetzt werden. Da ist Mose ein gutes Beispiel. Als Mose berufen wird, da sagt er nicht, als er den Ruf Gottes hört, jawohl, Herr, ich mache jetzt mit, sondern, ich habe da auch schon mal drüber gepredigt vor einigen Jahren, da gebraucht er eine fünffache Ausrede. Da kommt er als erstes und sagt halt, als er berufen wird, er soll zum Pharao gehen, ja, wer bin ich denn? Wie kann ich das denn machen, ich kleines Licht? Da sagt Gott ihm, ich werde mit dir sein. Als das nicht zieht, kommt er bei der nächsten Ausrede und sagt, ich habe doch gar nichts theologisch auf der Pfanne, die werden mir gar nicht glauben. Was soll ich denen denn sagen, was du für ein Gott bist? Da kriegt er den Namen Gottes offenbar. Da sagt er ihm, ich werde sein, der ich sein werde. Auch dieser Ausrede begegnet Gott und sagt etwas ganz Wunderbares. Dann legt Mose einen nach und dann sagt er, ja, es gibt doch sowieso nichts, der prognostizierte Misserfolg halt nicht, die werden mir auch nicht glauben, egal was ist. Da gibt ihm Gott ein Wunderzeichen an die Hand, nicht mit dem Stab, den er hinschmeißt, der wird zur Schlange und wenn er die Schlange aufhebt, wird sie wieder zum Stab. Wahnsinn. Dann kommt die Sache und sagt, ich habe nichts intellektuell drauf, ich kann gar nicht reden, schwere Zunge, auch dieses nimmt Gott auf und sagt, Mensch, du brauchst dir keine Angst zu machen, keine Sorgen. Ich will mit deinem Munde sein, dich lehren, was du sagen sollst. Also alle diese vier Argumente, die zwar eine Unverschämtheit sind, denen entgegnet Gott noch mit einer wunderbaren Verheißung, einer Zusage. Und dann nimmt sich Mose die Dreckerigkeit raus, dass er knallhart dem lebendigen Gott ins Gesicht sagt, ich habe keine Lust. Sende, wen du willst, so steht es in der Bibel. Nachdem alles nichts mehr gezogen hat, also die Dinge, die so irgendwie so, ich habe keine Lust. Das ist so ein bisschen, wer Kinder in der Pubertät hat, nicht? Wenn man denen sagt, fegt mal draußen, dann erklären die einem, warum das alles nicht geht. Es ist zu nass, der Besen ist kaputt, sonst irgendwas. Und wenn die alle Argumente durchhaben, sagen, weißt du was, Alter, ich habe keinen Bock. So, ich habe keine Lust. Fegt doch selber. So ist Mose hier. Und dann sagt Gott nicht mehr, ich werde dir das und das helfen. Dann heißt es in der Bibel, da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Und Bequemlichkeit, wenn wir keinen Bock haben, irgendwas zu tun im Reich Gottes, Obwohl wir einen klaren Ruf haben, das gefällt Gott überhaupt nicht. Dass wir Mangel haben an Intellekt, an Kraft, an Überzeugung, kein Thema ist für diesen Gott überhaupt kein Problem. Da wird er uns helfen und beistehen. Aber wenn wir faul sind, dann hat dieser Gott ein echtes Problem. Da wird er zwar nicht so heiß. Übrigens, in der alten Kirche war das so, da gab es die sogenannten sieben Hauptsünden, wurde auch immer mal gesagt, Todsünden. Und das waren Sünden, aus denen alles andere heraus erwächst. Und diese Hauptsünden, die sind Stolz, Habgier, Zorn, Völlerei, Neid, Genusssucht und Faulheit. Und ich sage ja, Genusssucht und Faulheit, das ist Bequemlichkeit. Und der Stamm Ruben ist hier bequem. Der ist bequem, er sagt, es ist viel angenehmer hier an den Wassern Rubens. Schön zu trinken, genug, müsste man nicht in die Wüste, wo man Durst haben muss. Genug zu essen, schön warm, das Flötenspiel. Viel bequemer, als da hinten im Reich Gottes zu kämpfen. Das ist tatsächlich so. Und das schreckt uns häufig auch ab. Natürlich ist das dann mal samstags, nachmittags, schöner im Garten, mit der Mutti zu sitzen und zu grillen und zu gucken, was alles ist und die Sonne zu genießen und zu sagen, naja, ich stelle mich hier auf den Marktplatz und erzähle von Jesus Christus. Das eine ist wesentlich bequemer als das andere. Was die Früchte für das Reich Gottes sind, ist gar kein Thema. Also das sind die drei Punkte, die ich sehe, warum letztlich die Durchführung der großen Beschlüsse des Herzens behindert werden. Erstens, weil Menschen Angst haben. Zweitens, weil sie auf das Flötenspiel der Gesellschaft hören. Und drittens, weil sie einfach bequem, weil sie faul sind. Und was kann man nun dagegen tun? Dann kommen wir zum dritten Punkt. Die Beseitigung der Behinderung, der Durchführung der großen Beschlüsse des Herzens, etwas komplex, etwas sehr verschachtelt. Aber wie können wir das beseitigen, diese Behinderung, damit wirklich die großen Beschlüsse unseres Herzens zustande kommen? Jetzt komme ich nochmal zum Untertitel meiner Predigt hier. Und zwar habe ich geschrieben, die großen Entschlüsse des Herzens von geistlichen Rohrkrepierern. Rohrkrepierer, das kennen diejenigen, die bei der Bundeswehr gewesen sind oder die vielleicht da im Sportverein, Sportschützen sind halt. Rohrkrepierer nennt man etwas, wenn man mit einem Gewehr oder vielleicht auch mit einem Geschütz schießt. Und das zündet zwar, aber das Geschoss verlässt nicht den Lauf oder explodiert gar im Lauf. Also es kommt gar nicht raus. Also man gibt einen Impuls, aber entweder weil das Rohr verstopft ist, weil das zu schmutzig ist. Das sagt man häufig bei Gewehren halt, wenn man nicht aufgepasst hat, der Zehra. Man ist durchs Unterholz gekrocht, halt nicht gekrochen. Und dann ist da irgendwas reingekommen, Tannennadeln und dann sieht man auf einmal ein Schwein, hebt das hoch, will schießen. Aber dann ist der Lauf so verdreckt, dann kann das Geschoss nicht ausreden. Baf, dann sprengt der ganze Lauf auf. Und das sind Rohrkrepierer. Und darüber habe ich nachgedacht, was kann man denn gegen geistliche Rohrkrepierer machen. Das ist nichts anderes, als auch mal, dass man bei militärischen oder jagdlichen Rohrkrepierern macht, um die zu verhindern. Das erste ist die Reinigung. Also, wenn ich als Jäger auf den Hochsitz gehe, ist das erste, was ich tue, wenn ich das Gewehr aus dem Auto nehme, ich gucke mir den Lauf an, mache alles auf, gucke durch, ist der frei von allen Gegenständen. Das kriegen Sie beigebracht in der Jagdausbildung, auch in jedem Sportverein. Bevor man schießt, muss man immer prüfen, dass der Lauf sauber ist. Und wenn der nicht sauber ist, dann muss man den reinigen, dann muss man den durchziehen, damit das funktioniert. Das gilt für eine Waffe, für ein Geschoss dort, aber das gilt auch erst recht für den geistlichen Menschen. Da muss ich mich auch immer wieder prüfen, wie sieht es denn mit meiner Sündhaftigkeit aus? Und wenn ich da feststelle, da ist Verdreckung in meiner Beziehung zu Gott. Denn wo wir an anerkannter Sünde festhalten, da dämpft Gott den Heiligen Geist. Da gibt es nur eins, Reinigung, da muss ich reinigen, damit es nicht zum geistlichen Rohrkrepierer wird. Da muss ich mich reinigen, da muss ich die Hände falten, auf die Knie gehen und die Schuld Jesus Christus bringen und ihn bitten, dass er es mit seinem Blut abwäscht. Ganz wichtig. Auch all die Dinge, wo ich Entschlüsse des Herzens gefasst habe und sie nicht durchgesetzt habe, wo ich Gott versprochen habe oder beschlossen habe, das mache ich und es nicht getan habe. Reinigen, das ist das Erste. Reinigen, die Schuld bringen der Bequemlichkeit, die Schuld des Hörens auf das Flötenspiel der Gesellschaft, die Schuld meiner Angst. Gott bringen und reinigen lassen durch das Blut Jesu Christi. Das Zweite, man muss dann mehr Dampf geben. Auch das möchte ich Ihnen mit dem Rohrkrepierer erzählen. Also ich war früher auch Sportschütze und ich habe viel Revolver geschossen. Die haben dann so 6,5 Zoll Läufe. Und dann ist es so, wenn Sie mit einem 44 Magnum Revolver schießen, dann ist es so, der hat unwahrscheinlich Rückschlag. Und beim Sportschießen ist das nicht gut. Da möchte man nicht die Fabrikmunition, die sehr haue Durchschlagskraft hat, sondern dann lädt man die Munition runter. Ich war Widerlader, konnte mir selber meine Munition laden und dann habe ich die immer weniger geladen. Das heißt, die Patrone hatte kaum Energie. Wir können bei so einem 44 Magnum von 1000 Joule bis 200 Joule schießen halt. Also mit 1000 Joule wockt das Ding richtig in der Hand, aber bei 200 ist das ganz angenehm zu schießen. Das Problem ist nur, wenn Sie zu wenig Dampf auf die Patrone geben, da bleibt sie tatsächlich irgendwann im Lauf stecken. Das ist kein Dampf hinter. Dann wird zwar das Zündplättchen ausgelöst, das explodiert auch das bisschen Pulver, aber das ist dann so gering, dass das unter Umständen so ist, dass die Patrone, das Geschoss gar nicht bis zum Ziel fliegt. Oder aber, das ist mir auch einmal passiert, ist einfach stecken geblieben. Ist nur so ein Zentimeter rein in den Lauf gegangen. Da war nicht genug Dampf hinter. Und deshalb ist es ein Rohrkrepierer geworden. Und im Geistlichen ist es ganz genauso. Da gibt es auch diese geistlichen Rohrkrepierer, weil wir nicht genügend Dampf haben. Und wisst ihr, was unser Dampf ist? Das ist nicht irgendwie ein Nitrocellulosepulver oder ein Schwarzpulver, mit dem man ein Geschoss befördert, sondern das ist der Heilige Geist. Da muss richtig, das ist das Erste, der Lauf frei sein. Und da muss richtig Dampf hinter uns sein. Der Heilige Geist muss uns richtig Feuer machen. Übrigens, keine Idee von mir, sagt die Bibel. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir wirklich mit dem Heiligen Geist richtig Dampf machen halt. Das ist ganz wichtig. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn wir es schaffen, die großen Entschlüsse unseres Herzens durchzuführen, dann sind nicht wir das. Sondern, das dürfen wir mal wieder wissen, Philippa 2, es ist Gottes Wollen und Vollbringen. Er wirkt alles in uns. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Der muss in uns stark sein. Ja, jeder, der wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist. Schreiben mir Leute immer wieder, wenn ich das sage, ihr müsst mehr Heiligen Geist haben, sagen sie, ich habe doch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt gekriegt. Das ist genau wie am Körper. Ein Körper hat auch Muskulatur bei einem gesunden Menschen. Aber wenn ich die nicht trainiere, wenn ich 20 Jahre nur im Sessel sitze, mich gar nicht bewege, da ist die Muskulatur nicht leistungsfähig. Wenn ich 20 Jahre aber richtig Sport mache und Training, da ist das ein richtiger Körper, da kann richtig was mit passieren. Das ist schon für den physischen Körper so. Aber erst recht ist es beim Geistlichen so. Da müssen wir eben auch ran. Da müssen wir den Heiligen Geist haben. Der muss größer werden in uns halt. Das Alte, was uns bindet, das muss vergehen. Das Neue muss uns bestimmen. In unserem Leben hier auf Erden haben wir ja zwei Kräfte. Den alten Adam und den Heiligen Geist. Und diese beiden Kräfte wirken in uns. Und der alte Adam muss kleiner werden, immer kleiner, aber der ist immer noch da. Und der Heilige Geist größer. Und deshalb müssen wir da mehr Dampf kriegen. Und wenn ihr wirklich Entschlüsse des Herzens durchsetzen wollt, bittet Gott immer wieder um den Heiligen Geist, dass euch der Geist füllt. Und dass er euch das Vollbringen gibt. Nicht nur das Wollen, auch das Vollbringen. Bittet wirklich um den Heiligen Geist, dass er in euch dann groß wird. Also das eine Reinigung, das andere ist mehr Dampf geben. Und ein drittes möchte ich noch sagen, wir müssen einfach tapfer sein. Tapferkeit ist ja so eine Tugend, die missbraucht worden ist in unserer deutschen Geschichte. Aber da hat man das Kind mit dem Bade ausgegossen halt. Heute ist es ja überall nur noch schick nicht, wenn jeder mitheult und keiner Kraft hat und er nichts mehr machen will. Es fehlen in unserem Land, es fehlen in unseren Kirchen tapfere Männer und Frauen. Sowohl für die Politik wie für die Gesellschaft. Aber erst recht natürlich auch in der Kirche. Tapfere Männer und Frauen, die vorangehen. Die wirklich die Dinge des Herrn auch angehen. Das ist etwas ganz, ganz wichtig. Tapferkeit ist etwas, was gefordert ist. Lesen es nach, 1. Korinther 60. Seid männlich, seid mutig, seid stark. Wird da gefordert halt von den Korinthern. Nach vorne zu gehen. Das ist etwas ganz wichtig. Wenn wir einen Entschluss des Herzens gefasst haben. Und wir haben den klaren Ruf Gottes gehört. Und wissen, das ist jetzt dran. Bitte dann aufhören zu zaudern und zu zagen, sondern wirklich auch tapfer vorangehen. Wenn ich verstanden habe, das ist das, was Gott von mir will. Dann fröhlich mit Jesus Christus voran. Er ist ja bei mir. Der große Reformator Zwingli, der hatte als Lebensmotto, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Und ich finde es ein sehr, sehr gutes Motto, einfach zu wissen, jawohl, ich habe den Herrn auf meiner Seite. Und um seines Willens bin ich auch bereit, Tapferes zu tun. Nicht, weil ich ein tapferer Kerl bin. Nochmal, das ist der Heilige Geist in mir. Aber das möchte ich euch zurufen für eure geistlichen Entschlüsse, die ihr vielleicht momentan trefft oder in der nächsten Zeit treffen werdet. Seht zu, erstens, dass ihr euch reinigt von eurer Schuld. Zweitens, bittet Gott um den Heiligen Geist, dass er in euch das Vollbringen auch bewirkt. Und dann geht die Geschichte tapfer an. Und das könnt ihr machen, weil Jesus Christus auf eurer Seite ist. Seid nicht so wie der Stamm Ruben, der da zwar die großen Entschlüsse des Herzens gefasst hat, wo das aber zum großen geistlichen Rohrkrepierer geworden ist. Noch einmal zurück zu dem alten Pfarrer, der da behauptete, es sei ein schwieriges Feld, auf dem es kaum etwas zu ernten gäbe. Nein, das Richterbuch und auch gerade Richter 5, 15 bis 16, das ist ein unfassbar fruchtbarer Acker, auf dem man viel zu ernten findet. Gerade auch für die eigenen geistlichen Entschlüsse, die wir fassen. Und so möge der Herr diese Predigt an deinem Glauben, an deinem Leben und auch an den geistlichen Beschlüssen, die du fassen wirst, segnen. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Amen.